Optimal Heizen mit Vorlagen, jetzt bei FRAG FRITZ. Sabine hat uns gefragt, wie man denn Vorlagen optimal nutzen kann, um jetzt in der Wintersaison schön zu heizen. Und wir haben das ja schon im FRAG FRITZ behandelt, aber zum einen hatte sich da ein kleiner Fehler angeschlichen und wir haben jetzt mit dem kommenden FRITZ-OS auch ein paar neue Möglichkeiten. Und deswegen bietet es sich einfach mal an, Sabine, das nochmal neu zu drehen und wir zeigen dir gerne, wie das geht. Ich gehe mal in meine FRITZ-Box rein, erstmal, was haben wir denn hier? Und das Smart Home, da habe ich ja bei meinen Geräten alle möglichen Smart Home Geräte, aber eben auch drei Heizkörperregler, Büro, Wohnzimmer, Bad, genau um die soll es jetzt gehen. Und die möchten wir jetzt optimal nutzen im Winter und das ändert sich ja durchaus mal, denn gerade ob ich im Homeoffice bin oder eben im Büro oder halt Urlaub habe, Feiertage oder nicht, habe ich ja durchaus andere Anforderungen an mein Heizprogramm als an einem normalen Tag vielleicht. Und wir gucken erstmal rein, was ist denn normal? Ich gehe jetzt zum Beispiel mal in ein Büro, gehe in Bearbeiten und da habe ich eine Zeitschaltung aktiviert, die jetzt in dem Fall sagt, dass von 11 bis 24 Uhr geheizt werden soll, warum auch immer im Büro, aber das ist jetzt die Grundeinstellung. Und wenn ich die jetzt schnell ändern will, dann kommen die Vorlagen ins Spiel. Ich kann natürlich jedes Mal die Konfiguration ändern, aber das wäre ja albern, denn wir haben die Vorlagen. Und ich habe hier zum Beispiel eine Vorlage, die habe ich mal normal genannt, die gilt für alle drei Heizkörperregler. Und die gucken wir uns mal an und das ist tatsächlich dann ein eher normales Heizprofil, wo ich sage, ja, ich möchte wochentags morgens schön warm, abends schön warm und am Wochenende dann gerne den ganzen Tag. Das ist so mein normaler Tag. Aber wenn ich jetzt im Homeoffice bin zum Beispiel, dann möchte ich sie auch tagsüber warm haben. Also einfach eine neue Vorlage erstellen. Gehen wir wieder zurück, habe ich auch schon mal gemacht. In dem Fall Homeoffice nur für Büro und Bad, nicht fürs Wohnzimmer, denn da halte ich mich nicht den ganzen Tag auf. Aber Büro und Bad, da möchte ich ganz gerne, wenn ich zu Hause bin im Homeoffice, dass wirklich den ganzen Tag geheizt wird, dass es die ganze Zeit schön warm ist. Und jetzt kann ich auch mehrere Vorlagen erstellen und die kombinieren. Denn im Wohnzimmer, da halte ich mich vielleicht mittags auf und da sage ich, gut, da möchte ich es aber auch dann mittags warm haben. Also errichte ich eine neue Vorlage, Vorlage erstellen und ich möchte die Temperatur regeln. Nähe auf Weiter, wähle dann in dem Fall mein Wohnzimmer aus und möchte eine neue Vorlage einrichten. Das Ganze nenne ich jetzt einfach mal HOWZ, Homeoffice Wohnzimmer, reicht für mich. Und dann kann ich loslegen. Und ich kann jetzt hier eine manuelle Temperatur einstellen, da kommen wir gleich nochmal zu. Neu die Möglichkeit, dass ich direkt sage, ich möchte die Komforttemperatur, die ich festgelegt habe, oder die Absägtemperatur einstellen, oder einfach eine zeitlich begrenzte Einstellung. Boost-Funktion, mal schnell durchheizen, oder Frostschutzfunktion, das wäre so Thema Fenster lüften, dass ich sage, ich möchte hier mal für 15 Minuten Kurzheizung aus, weil ich lüfte und da will ich ja nicht für draußen heizen. Ich will ja aber eine automatische Einstellung auswählen, nämlich die Zeitschaltung. Und sage, jawohl, wenn ich im Homeoffice bin, dann möchte ich ganz gerne, dass es, sagen wir mal, von 12 bis 14 Uhr, soll es warm sein. Und dann ganz gerne abends auch wieder ab 18 Uhr darf es auch gerne warm sein. Und damit habe ich eine neue Vorlage erstellt und kann jetzt also auch diese anwenden und kann so ganz einfach, wenn ich im Homeoffice bin, mein Heim, meine Wohnung in den entsprechenden Zustand bringen. Und das geht ganz einfach. Ich kann die Vorlagen jetzt hier über die Fritzbox-Oberfläche anwenden, das ist natürlich nicht so praktisch. Deutlich einfacher geht das zum Beispiel bei Fritzvon. Da bin ich hier schon mal in dem Smart Home-Menü drin im Startbildschirm und mit einmal OK drücken, komme ich ja dann entsprechend hier auch in die Option rein und kann jetzt zum Beispiel sagen, dass ich hier entweder normal anwenden möchte oder die Vorlage Homeoffice oder eben auch hier oben Homeoffice Wohnzimmer und kann natürlich auch mehrere Vorlagen nacheinander auswählen, um den gewünschten Effekt zu haben. Sehr einfach geht das auch mit der Smart Home-App, dann auch von unterwegs, denn da kann ich zum Beispiel von unterwegs sagen, ui, ich komme jetzt nach Hause und möchte ganz gerne wieder meine Wohnung in Normalbetrieb zurücksetzen, also mal normal anwenden oder ich sage, jawohl, ich habe hier Homeoffice und die ziehe ich mir hier einfach nach oben, kann ich auch direkt da drunter ziehen, dass es zusammen ist und auch Homeoffice Wohnzimmer möchte ich anwenden, einfach antippen. Und gerade wenn ihr mehrere Vorlagen kombinieren möchtet, dann geht das noch einfacher mit dem FritzDeck 440, denn, da gehe ich mal rein, da könnt ihr ja auf eine Taste mehrere Vorlagen legen und das tue ich auch mal. Hier unten haben wir einen, FritzDeck 440, einen Menüpunkt habe ich mir extra freigelassen, da möchte ich jetzt was hinzufügen. Vorlagen und nenne das mal, bzw. sehe ich erstmal aus, dass ich das Homeoffice Wohnzimmer und Homeoffice anwenden möchte, könnte auch noch mehreren zufügen. Nenne das jetzt für mich MOA, mobiles Arbeiten und packe es hier auf diese Taste. Zurück zur Übersicht, zurück zur Übersicht und jetzt habe ich also hier, wenn ich ins Menü reingehe, einmal kurz aktualisieren. Habe jetzt also hier meine Vorlage MOA, kann ich mit einem Fingertipp, in dem Fall gleich zwei Vorlagen auf einmal anwenden. Und so könnt ihr euch also genau die Vorlagen erstellen für die Räume, Bereiche, Gruppen, wie auch immer, wie ihr es braucht, für Urlaub, für Homeoffice, für Feiertage, was auch immer. Und eine Sache, die ihr auch noch machen könnt, die ihr dann aber beachten müsst, bei Gruppen und Vorlagen, ich hatte es ja eben schon kurz gezeigt, ist eine manuelle Änderung. Das sage ich auch nochmal. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin abends zu Hause, eigentlich ist alles cool, Heizung ist auf normal, aber ich möchte es einfach ein bisschen wärmer haben im Wohnzimmer. Mir ist gerade ein bisschen kalt. Also gehe ich rein und sage, ich möchte Temperatur regeln, weiter, wähle jetzt in dem Falle also das Wohnzimmer aus, möchte eine neue Vorlage einrichten und nenne die einfach mal warm. Ich will es warm haben. So, ah, existiert schon, dann nennen wir es warm Wohnzimmer. So, fertig. Und jetzt sage ich nämlich genau das, ich möchte eine manuelle Einstellung vornehmen und 24 Grad, super, das passt, ich möchte mal eben 24 Grad haben. Diese manuelle Einstellung geht, steht hier auch, bis zum nächsten automatischen Schaltpunkt. Das heißt, wenn eine Zeitschalung aktiv ist, entweder die per Grund eingestellt wurde oder die per Vorlage angewandt wurde, dann wird beim nächsten automatischen Zeitpunkt entsprechend wieder geschaltet. Also zum Beispiel, wenn per Zeitschalung um 22 Uhr abgesenkt wird, dann wird auch in dem Fall um 22 Uhr abgesenkt. Oder wenn dann eben auf die Komforttemperatur eingestellt wird, dann wird die Komforttemperatur geheizt. Also das ist wirklich nur eine Änderung bis zum nächsten Zeitschaltpunkt. Das bitte beachten, aber wunderbar geeignet, um eben mal kurz, warm, kalt, bis eben die normale Zeitschaltung wieder greift. Sabine, ich hoffe, du kannst jetzt mit deinen Vorlagen optimal heizen und gut durch die Wintersaison kommen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit. Wir werden sie lesen und vielleicht schon beim nächsten Fragfurt beantworten. Damit ihr den nicht verpasst, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.